moin moin hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge heart of darkness mit mir dem dre hier auf dem kanal der nörder way of life und ein fliegender start es geht direkt weiter da wo es in der letzten folge aufgehört hat ist ja logisch nicht wahr ja heart of darkness eines meiner frühsten kindheit ne erinnerung ist falsch da war ja ich war ja schon 11 12 gewesen sein ich habe ja ich kann mich an sachen von vorher erinnern nee aber so zocker mäßig gamer karriere mäßig ist das eine der prägsamsten erinnerungen auf jeden fall sag ich mal und jetzt gibt es hier schon die nächste katzen er ist auch ein witziger dude ich finde er hat ein bisschen was von ein bisschen was von jaja bing flatsch ein glück war da so ein kleiner see unter ihm ich bin mal gespannt wie weit ich jetzt in dieser folge kommen werde ich habe mir zumindest vorgenommen bis ende cd 1 tatsächlich schon zu kommen und ab ins wasser sehr gut wie gesagt cd 1 hatte ich in der letzten folge erzählt die cd 1 kenne ich fast auswendig jetzt erstmal an den grünen leuchtenden stein erstmal anfing an das ding also ich könnte mir vorstellen dass es vielleicht sogar ein bisschen interessanter wäre jemanden dabei zuzugucken der das spiel vielleicht noch nicht kennt weil da sieht man auch die verschiedenen todesarten wobei auch gott ach du scheiße ja unter wasser ach gott wenn ihr melding es heute zwei von mir gesehen habt da lasse ich mich an einer bestimmten stelle auch über unter wasser level aus und da mir fällt da ein ich hatte ja schon in meiner kleinen probesession hier die ich gemacht habe bevor ich aufgenommen habe um zu gucken ob ich mit der steuerung klarkomme und alles bin ich schon bis zum ende der ersten cd gekommen auch recht fix obwohl ich muss sagen ich habe die cutscenes übersprungen also okay aber diese wasserdinger hier das ist irgendwie der anfang ist natürlich noch relativ easy ja ne warte so genau ihr seht da unten in dem wasser schwimmen so schwarze dinge das sind natürlich auch schatten allerdings ich weiß nicht die sehen für mich sehen die aus wie schwarze sperma oder vielleicht auch kaulquappen je nachdem jetzt weiß ich schon wie ich die folge dann werde ah fuck falsch 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 ja unter wasser level jetzt saugt mich natürlich an okay gut hat doch noch geklappt und ich darf mich natürlich nicht ansaugen lassen oh ja jetzt kommt die warte 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 bisschen geduldig sein geduld ist jetzt ja nicht unbedingt meine größte tugend meine größte charaktereigenschaft die ich habe die viecher wenn sie einen berühren saugen sie einen ein und dann ist man sofort tot das ist ja das ding du bist ja bei jedem ding bist du sofort instant death das ist sofort tot so ihr seht da oben wo ich jetzt gerade bin ist eine luftblase luftraum das bedeutet n die braucht natürlich atemluft aber man hat relativ man hat doch relativ viel zeit wenn nicht bevor man trunke ist geschafft man hat natürlich auch keine anzeige hat das finde ich auch irgendwo geil das spiel hat halt kein hat das spiel hat 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 halt kein hat hat halt kein hat weil braucht es nicht man hat keine lebensanzeige weil gibt es nicht man hat keine energie leben für munition war das jetzt hier und ja weil er gibt es nicht man kann halt unendlich viel schießen wenn man stirbt wird man einem checkpoint zurückgesetzt und man hat auch so keine anzeigen das ist irgendwo ich mag so was ja er pustet mich jetzt rüber okay und der knapp über mir also der der rechte der saugt mich natürlich an ja aber keine anzeigen das heißt man hat auch keine sauerstoff anzeige logischer weise kommen aber ihr seht dass so ein bisschen die luftblasen nach oben und die werden jetzt schon ein bisschen schneller das bedeutet ihm wird langsam die luft knapp aber ich habe hier also er meldet sich auch einmal noch vorher bevor man ertrinkt tatsächlich macht irgendwie so ein glucker geräusch also sonnen und dann weiß man okay es wird knapp aber ich bin jetzt sicherheitshalber noch mal zu trifft glase gegangen ich habe es vorhin im ersten versuch habe ich sie so durch geschaffen glaube ich oder oder habe ich mich erwischen lassen weiß ich gar nicht mehr also ich vermute dass man es auch schaffen kann direkt in einem rutsch nach oben hindurch das ist zu spät das ist zu spät das hat noch geklappt die sind jetzt auch tricky okay gut ich bin durchgekommen stimmt ich bin bis hier hoch gekommen ja alles klar so jetzt seht ihr da oben ist eine pflanze die will mich fressen wenn ich zu dicht nach oben komme werde ich also geschossen das ding da unten kustet nach oben und dementsprechend also ich glaube es wäre schwerer gewesen wenn das ding gesagt hätte aber so geht man einfach hier bis auf den grund an die pflanze ran und dadurch fertig oh shit das kann man wenn man gut ist in einem rutsch schaffen wenn man gut ist geil ja so ein bisschen so spiele die ich kenne die ich gut kenne da kann ich auch so ein ich habe so geahnt ich lobe mich einmal weiß ich noch einmal was richtig und sagt dann auch noch dass ich ein toller typ bin karma is a bitch jetzt aber jawohl NEIN ahhh ok jetzt konzentration darüber darunter ich habe ich schon immer gehabt aber ich finde sie auch irgendwo witzig das ist genau mein humor ja und das ist jetzt eine etwas komplizierte komplizierte stelle ähm es sei denn man weiß was man machen muss so diese pflanzen kann ich auch wieder klein machen also diese ranken dann sind sie samen ach falscher knopf ups ok so hier gibt es jetzt einen trick ähm ich weiß das sieht jetzt so aus als müsste man von rechts anlauf nehmen und einfach rüber springen äh und durch rennen aber ich mache es einfach so ich kriege einfach durch das wieder einfacher und sicherer aber dieses rüber springen das finde ich immer ein bisschen ja ein bisschen riskierbar das ist hier echt schon das ist schon einer der schwierigeren abschnitte wirklich ähm jetzt muss ich nämlich hier ich hätte vielleicht mal ein bisschen was erklären können ich laufe einfach so durch aber ich dachte mir halt äh ja city skylines macht erstmal eine pause was machst du jetzt anstatt dessen und ich hatte bock auf so ein paar klassiker ähm immer sowas für zwischendurch und deswegen hart of darkness passt da ganz gut rein und dann laufe ich jetzt einfach mal so durch wie gesagt wahrscheinlich nur die erste cd ich habe es jetzt schon ein paar mal gesagt jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ich meine jetzt kann man einfach durch denn jetzt reagiert sie nicht aber ich will es nicht riskieren deswegen kriege ich trotzdem durch ja aber sie reagiert gar nicht ne und wieder runter die pflanze vorher mit täugen die pflanze wieder abbauen oder äh ja dass man den samen hat weil den braucht man jetzt und jetzt kommt nämlich jetzt kommt der wirklich knifflige part äh ihr seht da in der mitte ist schon ein samen jetzt muss ich den da reinschmeißen dann wird der verdrängt und rollt weiter also ich musste da unten jetzt habe ich auf dem monitor gezeigt aber ich musste da unten den stein weg ähm weg schaffen damit die schröbung entsteht ich glaube das ist verständlich so jetzt da rüber da rüber dann gehen wir weg ins wasser und hier dasselbe spiel von vorne und immer das schwarze sperma was da unterwegs ist also jungs spätestens wenn es bei euch so aussieht macht euch mal gedanken oder sorgen jetzt wird es schwierig aber es klappt sehr gut das ist immer so ein bisschen blöd wenn man direkt nach einem ähm ja bildschirmsprung äh bildschirmwechsel springen muss und woran ich mich auch erstmal gewöhnen musste deswegen bin ich ganz froh dass ich vorher mal so ein den probe durchlauf gemacht habe wenn man springt und man will sich irgendwo dann festhalten muss man springen gedrückt halten das ist eine ziemliche gewohnheits nummer okay das klappt auch mal gucken wie ich jetzt hier durchkomme das hat vorhin ganz gut geklappt und klappt es auch jetzt sehr gut okay glück gehabt so und hier will ich jetzt wahrscheinlich verrecken ja er greift mir noch runter ja ja das meine ich also das spiel ist ja zwölf und es hat echt krasse todeszenen der dicke typ dann soll anfangen mit der die waffe gefressen hat zum beispiel das ist ein echtes das hätte ich euch vielleicht zeigen können aber müsst ihr bei jemand anders wenn die sterbe sehen was ist ja okay das war geschafft da waren nämlich oben auch noch ein paar sicher und einfach ein dauerfeuer nach unten bis alle weg sind ja diese schatten können auch irgendwie in der mitte zerreißen und dann werden die nur noch oder es ist rennen aber dann kriechen sie mit ihrem oberkörper nur noch durchgehen aber auch der kann einen noch aufpassen das war knapp das wäre echt nur ein spiel wo man mal einen speedrun zu machen könnte habe ich zu Bucky auch mal überlegt aber ich glaube das hier wäre sogar noch cooler ja leider ist das ingame nicht lokalisiert aber auch der bist du sicher, dass du nicht aus dem Zirkus kommst hey wo fliegen wir hin überraschung überraschung das ist jetzt eine etwas längere cutscene aber die ist aber die ist echt cool finde ich und witzig und geil naja die fliegende kumpel jah experience jahre 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 Alter, dass er ihm nicht einfach den arm abreißt er hält ihn nur an einer Hand fest Wow, hier sieht's ja aus wie ein Karibik. Karibik, mein Zuhause wie ich mich. Das ist schon krass, wie es am Ruckeln ist, obwohl es so scheiße aussieht. Hallo, hey, Kumpel, Kumpelchen. Hey, hey? Das sind noch mehr von ihnen. Oh, ich frag mich wieder auf Englisch, heißt das du? Wow, den schnapp ich mir, ich bin dann verhungern. Ich könnte ein ganzes Pferd essen. Nicht ansonsten nicht. Letztes Frustfrust. Letztes Frustfrust. Pferd teilen? Warte, ich hab eine bessere Idee. Pass auf. Jetzt hab ich's erst verstanden. Er will das Pferd teilen. Weil er gesagt hat, ich könnte ein ganzes Pferd essen. Ich hab vorhin Pferd teilen verstanden. Pferd essen, Pferd essen. Pferd essen. Ich hab nicht voll, weißt du? Haha, das ist so geil. Wie ihr sehen könnt, hab ich tierische Probleme. Ich meine, hier sitze ich nun, abgestürzt in der Mitte von nirgendwo. Mein Hund Whisky wurde von fliegenden Skenetten entführt. Und ihr Jungs seid meine einzigen Kumpels. Ja, ihr seid meine einzige Hoffnung. Digg die Shisha am Start, Alter. Digg die Shisha am Start, Alter. Müssen sprechen mit altem Weisen. Oh, alter Weiser Rede. Oh, alter Weiser Rede zu uns deine Worte der Weisheit. Ist der Hammer. Erstmal mit Schlauchsaugen, was geht's. Hallo, Kumpel. Hey, Dude. Ich weiß, warum du gekommen. Mein Auge der Vision kann nämlich sehen aus. Wisst ihr, Herr? Ich zeichne meine Vision. Der Vision ist genau wie du. Jupp. Jetzt versammt. Du flattern vom Himmel und suchen Kumpel wie diesen. Das ist so geil. Ah, falscher Traum. Du, du willst wieder finden kleinen Hundekumpel? Du darfst nicht gehen. Große Gefahr dort. Große Gefahr dort. Kommt. Hier. Ich dich beschützen mit meiner großen Magie. Dunkle Kräfte niemals kommen. Weil sonst Tic-Tac-Toe. Ich großer Voodoo-Magiker. Sieh her. Der alte Weise sagt, böse Knochen niemals kommen ihr her. Ich habe gesprochen. Ja. So viel dazu. Ja. Die sind wahrscheinlich jetzt wegen Andi da, ne? Du aufstehen, Andi. Aufstehen. Böse Knochen gleich im Dorf an. Hier schliegen. Schliegen. Du gehst. Schliegen. 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 Ich muss mir das unbedingt mal auf englisch angucken. Wenn der Dude sagt, dann ist das das beste Spiel der Welt. Boah, das ist krass. Boah, das ist krass. Boah, boah, boah. Ich finde schon recht übel. Oh, tatsächlich. Das war schon mit der ersten CD. Ja, krass. Das ist die Hälfte schon rum. Äh, ja. Dann beende ich diese Folge hier auch und dann sehen wir uns dann gleich bei CD 2 wieder. Und ab da wird es dann auch schon ein bisschen drüber mit meiner Erinnerung. Also ob ich da so flawless durchkomme, mal gucken. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben. Oh, Entschuldigung, da kam er. Ja. Und, äh, dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder, wenn ihr mögt. Äh, dann geht's nämlich weiter mit Heart of Darkness hier auf dem Kanal. The Northern Way of Life mit mir, dem Jay. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.